So, welche wir mal spielen sollten, äh, zocken, äh, pffn, äh, nimm die Socken. Nimm die Socken, nimm die Socken, das lass ich drinnen. Musik Jo, was geht da meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2 Idioten eure Klasse. Ja, äh, wer natürlich nicht fehlen darf, das wüsst ihr natürlich eigentlich auch schon. Und, ja, jetzt musste, ja, Effekte, Name rein, nein, Spaß, äh, Shooter ist natürlich auch mit am Start. Willkommen wieder zu 2 Idioten eure Klasse. Lang ist es her, Orni? Ja, ein, ein Monat, ein Monat ist es her. Ja, ist, ich würd mal sagen, äh, es wird mal wieder, wieder Zeit. Auf jeden Fall, also die Serie kommt echt gut bei euch an. Nur, eins muss ich sagen, Freunde, ähm, mir kommen so ein bisschen wenig Vorschläge in die Kommentare. Was wir für eine Klasse spielen sollen, äh, macht da auf jeden Fall richtig viele Vorschläge, weil wir haben richtig Bock auf die Serie. Und das ist, glaub ich, auch so meine Stammen. Ich, ich hätt einen Vorschlag können. Was denn? Ja, je nachdem, wie, wie, wie aktiv deine Zuschauer heute auf diesem Video sind, könnte man ja mal so über so ein kleines Special überlegen, oder? Was sagst du? Äh, was hast du dir da so gedacht? Ja, das halten wir erstmal noch für uns. Aber es hat was mit 2 Idioten eure Klasse zu tun. Das hat damit was zu tun, aber, äh, halten wir lieber nochmal geheim. Okay, also, Freunde, ihr entscheidet, ähm, ihr könnt ja gerne mal auf den Like-Button hauen, damit wir wissen, ob ihr so eine Special-Folge sehen wollt oder nicht. Und ich würd sagen, wir schnacken nicht lange rum hier, äh, Shooter, stell mir die Klasse vor, die wir heute spielen. Oh, 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 wir haben heute wieder was ganz Feines dabei, ähm, vorher wecken, wir haben auf jeden Fall diesen, äh, wie heißt die Tussi? Hier mit dem Fall, Outrider heißt die, glaub ich, haben wir als Spezialisten mal genommen mit dem Bogen, weil wir können beide ja damit nicht umgehen. Und, ähm, als Klasse haben wir diesmal die Weevil mit diesem komischen Variks-Visierer, dieses komische, was du da verstellen kannst, warum das drinne ist, weiß kein Schwein, dann wird Schalldämpfer und Schnellfeuer, wird richtig schön, ähm, ihr könnt ja zu Hause mal die Klasse nachbauen, sieht lustig aus, das Ding. Dann, als Sekundär, haben wir den Schlagring dabei, wo wir dieses Mal mindestens einen wegboxen müssen. Oh, das werd ich nie schaffen. Dann, wie, ja, Digga, hör mal, wir haben ja noch eine Smoke-Nade dabei, damit können wir schön in Team-Dass-Match alles dosmoken, richtig taktisch. Dann haben wir Übertakten dabei, damit wir den Bogen schnell bekommen, weil wir damit eh nichts treffen, sechste Sinn darf natürlich auch nicht fehlen, als Noob gehört sich das, und natürlich die Fußstapfen, damit wir ja nichts machen müssen, sondern das Spiel uns verrät, wo wir hinlaufen müssen. Und ich würd sagen, das wird beschissen, Alter. Das wird richtig beschissen. Gut, okay, Freunde, dann würd ich sagen, sehen wir uns gleich wieder und wir suchen in der Zeit mal die Lobby. Ich soll's vielleicht mal reinscheunen. Hallo. Hallo. Ja. So. Mach mal einen Moment. Kacke, das wird ein Ding, Alter. Ich bin gespannt. Ey, ich hoffe, das wird eh kombinend. Ja, klar wird's kombinend. Wenn wir jetzt Zuschauer treffen, die denken sich auch, was sind die behindert? Ja. Also in letzter Zeit muss ich sagen, ist das echt schlimm. Oh, okay. Oh, Leute, lass mal nicht kombinend, Alter. Ich glaub, kombinend wär echt. Oder kombinend? Kombinend ist klein, ne? Ja. Aber nee. Aber kombinend kommt immer, der kombinend ist zu einfach, der kann's einfach sprayen. Boah, aber was im Moment letztlich wirklich nervig ist. Weißt du, wenn ich mir so vornehme, ey, ich würd mal Solo spielen, ein paar Gameplays aufnehmen. Ja. Lecker, ich spiel ein, zwei Runden, hab ich keinen Bock mehr, ey. Entweder fuck das Game ab, weil Solo ist, ey, oder dir rennen Leute hinterher, Alter. Ja, ja, ich kenn das. Ey, schießen und nerven und... So war das? Moment. Oh, kannst du jetzt eigentlich die Leute verarschen, ne? Kannst du jetzt nochmal sagen, hier, oh, hier, kombinend und hier. Weißt du? Ja. Kombin-Witze. Kombin. So. So, Freunde, da sind wir wieder. Ja, äh, wir spielen jetzt eine Runde Call of Combine, wie ihr gerade schon im Hintergrund seht, äh, also, ich weiß nicht. Was sind das für eine Match-Oni? Die ist, glaub ich, beim neuen DLC dabei, oder? Ich hab die noch nicht gespielt, so. Ja, weiß ich nicht, ich hab das, also, Combine, sagt mir nix. Ja, jetzt nochmal Hand aufs Herz, ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, selbst im Livestream pro Abend 30 Runden Combine, äh, das fuckt schon ganz schön ab. Wir haben einen Rekord aufgestellt, ne? Echt? Ja, wir haben letztens, äh, haben wir es geschafft, dreieinhalb Stunden non-stop Combine zu spielen. Ja, nice. Weil wir immer nur die Map... Ach, du scheiße, die Waffe, Alter. Wow. Cool, das Ding aufgesieht, Alter. Ich bin mal gespannt, ob ich damit... Wartung, Hordi, Smoke, raus. Ja, Smoke kommt. Let's go. Boah, Alter, ich seh nix. Boah, fuck. Boah, ich bin tot. Okay, dann... Oh, dahinter, oh, da ist einer. Oh, wegboxen. Ey. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich boxe ihn weg. Ah ja, wir müssen ja boxen. Bam, Junge. Wir müssen ja boxen. Oh, nicht. Ja, äh, was? Pass auf. Ich lauf ihn schon über die halbe Mütze, der Digga, der hört nicht auf zu rennen. Oh mein Gott, Alter, was ist das für eine scheiß Waffe? Ja, box mal ihn weg. Ja, muss ich. Ja. Boah. Aim. Alter. Lass mich, lass mich den boxen. Nein, ich wurde von der Puppe geholt. Ich wollte gerade zuschlagen. Scheiße. Wo ist der? Wie siehst du eigentlich auf Anwendung? Oh, dieses Visier. Ist geil, ne? Was ist das denn? Macht richtig Laune. Vor allen Dingen dann auch noch mit Schnellfeuer. Ja, ich habe ihn geboxt. Shotgun. Also, das ist so eine Frechheit, dass die Argus noch hochpatchen, ne? Ey, das Ding, das killt dich über die halbe Map. Haben sie die hochgepatcht? Ja, klar haben die die hochgepatcht. Die ist so stark. Oh mein Gott. Für die halbe Map killt die dich. Achtung, erst mal eine Smoke. Taktisch. Ja, stimmt. Ich muss meine Smoke auch wieder einsetzen. Am besten in der Mitte, das kommt immer gut. Mann, scheiß Noobs hier in der Lobby, ey. So, Mitte Smoke. Wir können rein rushen. Okay, ich wurde von hinten geholt. Taktisch unklug. Achtung. Oh, da ist einer. Oh, der steht da in der Ecke. Ne, steht da doch nicht. Oh, Stolperpfeile. Oh, ich habe den Pfeil. Die campen schon wieder, die Schweine. Oh, fuck, Alter. Was? Wo? Ich weiß gerade nicht, wo die sind. Oh. Du bist der Schmatsch. Ja. Ich muss mal meine Sensibilität runterstellen. Bei MP spiele ich immer auf 5,5. Ich spiele immer auf 5,5. Ich stelle doch da nichts rum. Ne, ich habe bei Ding spiele ich auf 6,6 neuerdings. Och Mann, die Shotgun. Wo sind die denn? Ja, unten links in dem Raum da. Oh, scheiße. Wir haben gar keinen taktischen Masken mit. So, jetzt kommt der Bogen. Ja, das war sehr gekonnt. Ey, diese Klasse, ne? Ohne Witz-Shooter. Ich lasse dich nie wieder eine Klasse erstellen. Gut, oder? Das ist gut. Okay, wir kriegen schon mal einen Server. Gedrückt, okay. Es ist ekelhaft. Oh, geh rein. Oh, ich höre einen Schlammwerfer. Ah, der muss weg. Lauf hier weg. Der ist neben uns. Wo soll ich hin? Ja, weiß ich nicht. Der war hinter uns gerade. Ich weiß nicht. Nein, ich werde wieder zermatscht. Oh. Ich auch. Mann. Ach, Mann. Ey, ich stehe. 4 zu 9. Ja, Digga. Dieser Shotgun-Typ. Was ist denn das hier, Alter? Guck mal, wie er da hinten liegt. Und Leute, die mit so einer Klasse spielen, die holen dich dann einfach in den Loop. Haha. Oh nein, ich bin tot. Weggeboxt. Dobe Sau. Ich weiß nicht, wie man überhaupt allgemein dieses Variks Visier zocken kann. Ich kann mit dem... Weiß ich nicht. Guck mal. Pumpe. Hab ihn. Dobe Sau da oben. Oh, da ist noch einer. Oh, aber. Fuck. Oh, von hinten. Hab ihn. Nee. Ich hab den Bogen. Na komm. Mann. Ey, der mit der Shotgun, ne? Du glaubst gar nicht, wie ich mir eine Nachricht schreiben würde, Alter. Ey, Kollegah. Der steht hinter dir. Siehst du den nicht? Oh mein Gott. Der sieht den einfach nicht. Oh, diese Klasse, ey. Ich bin froh, weil ich die nicht mehr... Oh, fuck, Alter. Na, na, na. Also... Oh, fuck. Er boxt mich. Er boxt mich weg. Hab's gesehen. Das interessiert ihn nicht. Eiskalt boxt er mich weg. Ich camp jetzt, Alter. Oh, fuck. Zeberus. Tot. Ich hab noch nicht einmal den Bogen... Ich hab noch nicht einen Kill mit dem Bogen, ne? Ey, die sind klasse, Alter. Oh, die sind alle hinten im Spawn. Oh, die hol ich mir alle. Jetzt geh ich rein. Alles klar. Alles klar. Die haben mich holt. Ja. Also... Äh... Guck dir unseren Score an. Nice. Aber weißt du, was das Ding ist? Guck dir unsere Teammates an. Äh... Oh mein Gott, was ist da los? 0 zu 15? Ja. Was? Und der eine ist fast Prestige. Und er spielt 0 zu 5. Der Level 7er ist sogar besser als er mit 3 zu 12. Äh... Okay. Dazu sagen wir mal nichts. Aber ich bin positiv. Ja... Ja... Ey, das ist ja klasse. Ja, das ist doch so nett. Dieses... Es ist immer wieder ein Krampf, wenn du Klassen erstellst, die zu zocken, ey. Das ist der Wahnsinn. Die letzte, die hast du entschieden, ja? Nein. Mit O&P mit diesem komischen Gurkenvisier. Doch, stimmt. Stimmt. Okay, die war auch gut. Mit dem Ding konnte man überhaupt nicht spielen, weil du nur am Lachen warst, weil das Ding so komisch aussah. Auf jeden, auf jeden. Also, Freunde. Ja, das soll es sicher auch schon wieder gewesen sein mit einer neuen Folge. Zwei Dioten eure Klasse. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, mal so ein Special-Video davon zu sehen, lasst einen Daumen nach oben da. Und haut mal wirklich ein paar mehr Klassen unten in die Kommentare, so welche wir mal spielen sollten. Äh, zocken. Socken. Lieblie Socken. Nächstes Mal spielen wir mit Socken. Das lasse ich drin. Äh, die wir das nächste Mal zocken können. Und scheiße, Mann. Also nächstes Mal ziehen wir uns dann Socken über die Hände, oder was? Ey, lass uns das mal als Challenge machen, Alter. Oh, Leute. Und am besten auch eine Schlipper über den Kopf. Ja, eine Schlipper über den Kopf und das machen wir. Jawohl, nice. Das machen wir. Lasst dafür auf jeden Fall auch noch mal einen Daumen nach oben da. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was für Klassen wir das nächste Mal zocken sollen. Und, ähm, ja. Ich bin an meiner Stelle schon mal raus und Shooter hat das letzte Wort. Ja. Äh, ich würde sagen, von meiner Seite aus war es das auch. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Vergewaltete ich den Like-Button. Ich kann euch nur versprechen, dass... Das Special wird ganz nice. Und, äh, ja. In dem Sinne bin ich raus. Haut da rein. Und Tschüss. Ja. Eine 8.20. Und weiter geht's. Nice. Yum. Yum. Yum.